Die Wippenmeisterin hat nicht erfällig, hat Tübs gekriegt. Ja, ich beginne mit dem Anzeigungsgeber, das ist ja seit dem Mittelalter praktisch unverändert und war beim Festentuch auch so eingesetzt. Köpfe, Schlagreisen und Fäuste, Spitzreiten und wahrscheinlich hat er beim Festentuch seinerzeit sogar das hier, das ist ja ein altertümliches Instrument, ein Fläche, hat dann das von Stein so erarbeitet. Man sieht ein paar Stellen in der Anlage, die noch diese bearbeitenden Spuren, und dann von denen kann man dann rekonstruieren, was wohl seinerzeit auch verwendet wird. Überall in den Festungsanlagen sind solche Bunker zu finden, in denen die Soldaten selbst, aber auch Material vorfeindlich im Kanonenbeschuss geschützt waren. Anfeinbar!